Hallo und herzlich willkommen bei mtr erklärt. Hier hinter uns befindet sich der Kontrollbereich. In diesem Bereich arbeiten wir mit offenen radioaktiven Stoffen. Daher dürfen nur geschultes Personal und Patienten hier rein. Außerdem gibt es viele Vorschriften. Hier dürfen keine Schwangeren rein, keine Kinder, man darf hier nicht essen, man darf hier nicht trinken und man darf sich hier nicht schminken.